Willkommen liebe Zuschauer hier zum Test vom Dell G3 15. Ich habe das Gerät jetzt hier in der 15 Zoll Variante, das Gerät gibt es auch noch als Dell G3 17 und ich habe es aber wie gesagt in der 15 Zoll Variante mit i5 8300H Prozessor und GTX 1050 mit 4 GB an RAM und das ist wirklich auch ein schnelles Gerät, das wollen wir uns jetzt hier anschauen. Das Dell G3 stellt neben dem G5 und G7 aktuell die günstige Gaming Serie aus dem Hause Dell dar. Von daher können wir da auch gespannt sein, was das hier zu bieten hat, was wir hier zu bieten bekommen und wenn ihr das auf jeden Fall wissen wollt, wie auch die Leistung von diesem Gerät ist, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn das wollen wir jetzt in diesem Video einfach mal erfahren. Das ist das Dell G3 15, was mir wieder freundlicherweise von cyberpod.de zur Verfügung gestellt worden ist. Das Dell G3 15 kommt in einem Kunststoffgehäuse, ist also komplett aus Kunststoff, wir haben hier keine Metallteile oder ähnliches, trotzdem sitzt das alles sehr, sehr fest, es wirkt stabil, es quietscht nichts und es ist wirklich nahtlos verarbeitet. Machen wir den Deckel mal hoch, da sieht man natürlich jetzt darunter diese Textur vom Dell G3. Ich habe hier die schwarze Version, das Gerät gibt es allerdings auch noch demnächst in einer blauen Version. Das könnt ihr also euch auch mal anschauen, falls ihr da mit der Farbe blau liebäugeln tut. Sieht auf jeden Fall auch nochmal besonders aus. Ansonsten, wie gesagt, wirklich sehr gut verarbeitet, hochwertig für ein Plastigerät auf jeden Fall, also ein Gerät komplett aus Kunststoff. Wie ich eben schon meinte, es quietscht nichts, es sitzt alles gut, ich konnte keine scharfen Ecken oder Kanten feststellen, so erwartet man das auch und das bekommt man hier auch von Dell. Auch hier, wie ihr seht, es ist stabil, das Gehäuse, es lässt sich nur minimal eindrücken, aber auch nur, wenn man wirklich Druck ausübt, ansonsten wirklich sehr gut verarbeitet. Von den Maßen her misst das Dell G3 15, 380 mm in der Länge, 258 mm in der Höhe und an der dicksten Stelle ist das Gerät gerade mal 23 mm dick oder dünn. Ich würde es auf jeden Fall als dünn bei einem Gaming-Laptop bezeichnen, denn das ist wirklich sehr, sehr angenehm und dabei wiegt es auch nur 2,5 Kilo. Auf der linken Seite haben wir dann an Anschlüssen ganz oben unseren Aufladeanschluss, dann haben wir darunter den HDMI-Anschluss, dann einen LAN-Anschluss, zweimal USB 3.1-Anschlüsse für die schnelle Datenübertragung und dann daneben auch noch ein Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, 2 in 1 sozusagen. Dann an der Front haben wir unseren Display-Öffner sozusagen, wie ihr seht, das ist so ein bisschen eingekarpt und weiterhin haben wir dann auf der rechten Seite ganz normal noch einen weiteren USB-Anschluss und auch einen SD-Kartenleser. Dieser SD-Kartenleser erlaubt eine Schreibgeschwindigkeit von 28 Mbit die Sekunde. Das ist auf jeden Fall noch in Ordnung, aber hätte ruhig meiner Bedürfnisse nach ein bisschen schneller sein können. Auf der Unterseite haben wir dann hier unsere Lüftungsschlitze, wo darunter schon der RAM zu sehen ist und auch zwei Lüfter, einmal für die Grafikkarte, einmal für den CPU und dann nochmal auf der Front unsere zwei Lautsprecher. Das sind die WaveMax Audio Pro Lautsprecher, die auch wirklich einen 30 Quadratmeter großen Raum wirklich auch gut beschallen können. Das Display lässt sich bis zu dieser Position, die ihr gerade sehen könnt, neigen. Das ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Es ist also keine volle Neigung möglich, aber reicht auf jeden Fall aus. Der Displaydeckel ist auch ein bisschen flexibel, wie ihr seht. Das finde ich ist voll noch im Maße, ist nicht übermäßig, so passt das. Die Tastatur von Dell G3 ist etwas gewöhnungsbedürftig, denn sie hat nur einen geringen Hub für einen Gaming-Laptop. Dafür ist es natürlich auch ein sehr, sehr dünnes Gerät. Wir haben auch ein Numberpad, wie ihr eben sehen konntet. Hier diese dünnen Tasten. Nach einer kürzen Eingewöhnungsdauer, nach ein paar Schreibtests, hat man auf jeden Fall die Tastatur gut im Griff, sozusagen findet jede Taste. Gerne hätte es zwar mehr Hub sein können. Wir haben hier auch nicht diese WASD-Tasten blau hinterlegt, wie bei den amerikanischen oder englischen Geräten. Auch eine Displaybeleuchtung, eine Tastaturbeleuchtung, entschuldigt, ist hier auch mit dabei, die im Dunkeln gut zu erkennen ist. Ansonsten haben wir aber hier bei dem Touchpad auch im oberen Bereich so leichte Druckgeräusche, die eigentlich so nicht da sein sollten. Ansonsten ist das Touchpad aber auf jeden Fall ausreichend genug und ja, keine scharfen Ecken oder Kanten. Netzteil in das Dell G3 herein und dann kann es auch schon losgehen, hier mit dem Powerbutton beim Dell G3. Vom Display vom Dell G3 15 kann man jetzt nicht ganz so viel erwarten. Vorweg für Grafikdesigner oder professionelle Videobearbeitung ist es nicht unbedingt geeignet, denn es hat gerade mal eine Displayhelligkeit, die so bei 250 Nits liegt. Hätte gerne noch ein bisschen mehr sein dürfen, ist aber auf jeden Fall der Durchschnitt dieser 800 Euro Klasse. Ansonsten hat es auch gerade mal eine Farbabdeckung von 61% sRGB-Farben, 44% Adobe RGB-Farben und NTSC 42%, also wie gesagt für Grafikdesigner oder professionelle Videobearbeitung. Da hätte es ruhig ein besseres Display sein können für Gelegenheitsgamer, aber definitiv geeignet. Trotz Intel i5 8300H-Prozessor, also einem 45 Watt-Prozessor, ist die Akkulaufzeit von verbleibenden 7 Stunden wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Gerät auf jeden Fall mit Office und Surfen im Web häufig verwendet und kam da auf eine Akkulaufzeit von 6 Stunden, bis das Gerät sozusagen dann nur noch 5% Akku hatte. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr in Ordnung. Auch so vom Surfen im Internet und auch von ganz normalen Office-Anwendungen wird das Gerät nicht müde oder ähnliches, wie man das auch erwartet. Es läuft wirklich sehr ruhig durch. Die Lüfter bei Office-Arbeiten sind auch wirklich sehr leise und von daher wirklich auch eine sehr, sehr schöne Arbeit an diesem Gerät ist möglich. Die Webcam ist natürlich etwas dunkel, aber für ganz normale Skype-Telefonie oder ähnliches definitiv geeignet. Die Gaming-Leistung vom Intel i5-8300H-Prozessor im Zusammenspiel mit der GeForce GTX 1050 hat mich auf jeden Fall überzeugt, wenn auch nicht beeindruckt, denn die Grafikkarte hätte bei meinem Testgerät definitiv noch etwas stärker sein können. Ich würde euch da empfehlen, einfach die Intel 1050 Ti zu nehmen und auch wenn die 1050 für Gelegenheitsgamer oder für nicht so anspruchsvolle Spiele definitiv ausreichend ist. Ich habe euch da mal eine Grafik eingeblendet, wo die FPS-Zahlen in den jeweiligen Spielen liegen. An sich ist das aber wirklich mit dem Prozessor. Der Prozessor, der lahmt nur sehr, sehr, sehr selten, kann die ja auch grafisch anspruchsvolle Spiele oder wo wirklich viele Kerne benötigt werden, sehr, sehr zügig laden und auch darstellen. So soll es auf jeden Fall sein. Und ihr seht es auch selbst nochmal hier in dem Benchmark. Ergebnissen, was der Prozessor dort und auch die Grafikkarte leisten kann. Die 1050 ist ausreichend. Wenn ihr allerdings mehr Geld in die Hand nehmen wollt, dann geht auf jeden Fall auf die 1050 Ti oder auf die 1060 im Max-Q-Design. Das ist dann nochmal wirklich eine Kategorie schärfer und auch für anspruchsvollere Spiele für die Zukunft seid ihr damit besser gerüstet. Ganz, ganz klar. Die Leistung vom Dell G3 mit dem i5-8300H-Prozessor reicht für das Videobearbeiten in Adobe Premiere Pro definitiv aus, wie ihr hier sehen könnt. Wir können hier alles schnell bearbeiten, im Prinzip auch mit 8 GB an Arbeitsspeichern, was mein Gerät hatte. Klar, lohnt es sich hier, wenn man mehr mit Videobearbeitung macht, auf 16 GB an Arbeitsspeicher zu gehen oder eben das Maximum auszureizen. 32 GB Arbeitsspeicher sind hier wirklich möglich. Die Erweiterung, wenn man das denn möchte. Aber trotzdem lief die Videobearbeitung hier mit dem Dell G3 mit i5-8300H-Prozessor sehr, sehr gut. Wenn man viel mehr Video bearbeitet, ist es natürlich auch lohnenswert, vielleicht auf das i7-8750H-Produkt sozusagen zu setzen, da da einfach nochmal sechs Rechenkerne da sind, die einfach das Video noch schneller bearbeiten können. Je nachdem, was ihr machen wollt. Für normales Gaming reicht der i5-8300H definitiv aber aus. Bei anspruchsvolleren Anwendungen wie zum Beispiel Adobe Premiere Pro, also dem Videobearbeitungsprogramm, oder auch bei einem Benchmark-Test wie zum Beispiel Prime 95, dann kam der Prozessor wirklich schon mal an seine Grenzen. Er ging hoch bei einer Temperatur bei an die 80, 82, 85, teilweise auch mal 90 Grad, was definitiv noch in Ordnung ist und nicht bedenklich ist. Aber dann trat natürlich das Power-Limit-Trotteling ein und deswegen empfehle ich euch hier mittels Intel XTU wirklich bei diesem Prozessor beim Intel i5-8300H die Spannung. Ich habe es hier bei mir um minus 170 Millivolt herabgesetzt und dann habe ich danach nochmal den Benchmark-Test ausgeführt, also Prime 95, was wirklich den Prozessor an sein Limit führt und da trat auch wirklich nach mehreren Minuten kein Power-Limit-Trotteling mehr aus. Der Prozessor hielt permanent seine Taktfrequenz von 3,88 GHz. Das Ganze eben bei einer geringeren Spannung und die Temperatur konnte ich damit um mindestens 8 Grad nach unten senken. Das führt dann natürlich auch dazu, dass ihr nicht mehr so Performance-Einbußen bei wirklich anspruchsvollen Spielen und anspruchsvollen Anwendungen habt. Der Prozessor kann diese Leistung und Geschwindigkeit tatsächlich halten. Ich kann es also nur empfehlen mittels Intel XTU diesen Prozessor die Spannung ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen, ja, man nennt das Ganze Underworlding und das Ganze kann man sicherlich auch beim i7-8750H Prozessor genauso vornehmen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr senken, um am Ende mehr Leistung rauszuholen, weniger Temperatur, was natürlich immer sehr, sehr gut ist und auch noch den Stromverbrauch kann man damit ebenso senken. Von daher macht dieses Underworlding sehr, sehr empfehlenswert. Wenn ihr damit liebheugelt, euer Gerät noch weiter erweitern zu wollen, könnt ihr das auf jeden Fall tun, denn die Rückseite lässt sich ganz einfach entfernen. Ihr habt dazu 10 Schrauben. Ganz oben sitzen nochmal 2 Schrauben, die so einen Haken haben und da müsst ihr das ein bisschen aushebeln. Am besten schaut euch da mal ein Video im Internet an. Die Platte lässt sich auf der Rückseite auf jeden Fall in 2-3 Minuten gut vom Gerät entfernen, auch ganz ohne Probleme. Und wie ihr hier sehen könnt, so sieht das LG 315 von innen aus. Wir haben oben 2 Lüfter, wie ihr sehen könnt. Einmal für die CPU und einmal für die Grafikkarte. Diese sind natürlich auch permanent, wenn man das Gerät anhat, im Betrieb. Im Ruhemodus auf jeden Fall sehr, sehr leise, kaum hörbar. Wenn man dann natürlich mal ein Spiel spielt oder gerade auch Videos rendert, geht das Ganze dann schon mal wirklich ein bisschen lauter nach oben, aber alles noch im aushaltbaren Bereich, sodass man da jetzt nicht unbedingt meckern muss. Und es ist für ein Gaming-Notebook dieser Dünne definitiv in Ordnung. Wir haben hier unsere M2 SATA 3 SSD. Es ist keine PCI Express SSD-Karte. Von daher schaut da wirklich, dass ihr eine SATA 3 SSD M2 im M2-Format sozusagen holt. Ich habe euch da noch mal eben kurz drauf gehalten, dass ihr es euch noch mal anschauen könnt, wenn ihr wollt. Leider keine PCI Express-Karte. Also wir haben hier 8 GB an Rahmen verbaut gehabt mit einer Taktfrequenz von 2666 MHz. Da oben habt ihr eben auch noch mal die Schrauben gesehen. Ansonsten, wenn ihr das wieder zumachen wollt, einfach drauflegen, runterdrücken, schrauben, festschrauben und fertig. Das war es dann jetzt auch erstmal vom Review vom Day G3 15. Wenn ihr euch mit der Materialwahl anfreunden könnt, denn es ist ja nur aus komplett Kunststoff und ihr nicht was Höherwertiges im Prinzip braucht, wo noch Aluminium oder ähnliches dran ist, dann seid ihr beim Day G3 15 vermutlich genau richtig. Denn es ist im Prinzip ein Gerät, was wirklich gute Innereien hat. Ein i5, ein i7, je nachdem was ihr dann haben wollt. Die neueste Generation, sehr, sehr gute Taktraten. Eine gute Grafikkarte könnt ihr euch hier auch reinpacken. Ihr könnt es ja im Prinzip bei Dell so konfigurieren, wie ihr wollt. Oder bei Cyberport gibt es das Gerät jetzt eben auch schon in der 15 Zoll Variante, wo ihr es bei Dell noch nicht bekommt. Und wenn ihr das auf jeden Fall wollt, wenn euch das gefällt, es ist auf jeden Fall ein gutes, leistungsstarkes Gerät, dann könnt ihr hier mit dem Day G3 15 wirklich sehr, sehr einen sehr guten Treffer landen. Das sollte von diesem Review gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Bleibt also dran. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.